3, 2, 1, let's go! So, MyMac, auf! Bist du ready? Ja! Kills-mäßig, glaube ich, legst du ein kleines bisschen vorn, aber es ist relativ even tatsächlich, weißt du, was ich meine? Ja, 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 du holst mich manchmal hoch, was saustark ist, tötest zwei Gegner, holst mich hoch und wenn ich dann doch irgendwie sieben Kills mache, das ist zwar schön und gut, aber wenn du mich nicht hochgeholt hättest, wäre die Runde einfach vorbei gewesen. Ja, eben, eben, das ist ein sehr, sehr ausgewogenes Duo hier, Leute, also für die WM wird das was. Und ich liebe, wie viele Nosekins hier in der Lobby stehen, siehst du das? Können wir zusammen zum Haus gehen? Ich habe diesmal ein bisschen Bange, muss ich sagen. Nee, du gehst hier hinteren. Und du gehst bald. Ich geh bald. Main Building war einer drin. Was sagst du, wollen wir da hoch oder nicht? Einer genockt, weg mit dem. Blumen sein Vater, ich hatte Orlando-Blumen. Rasiert, Junge! Ich rasiere euch! Auf die Knie mit dir, du Weichling! War das alle? War das alle? War das alle? Mega stark. Reboot-Van, Reboot-Van, Angriff! Durchs Feld, durchs Feld. Wir sind in die Scheune links gelaufen. Mh, merken. Ich werde angeschossen. Von wo? Die kommen jetzt beide. Die haben auch Angst, Max. Die haben mehr Angst als wir. Echt, die glaubt nicht. Die haben uns voll aggressiv angegriffen. Das ist wie bei Wölfen. Die haben mehr Angst vor uns Menschen als wir vor denen. Sein Mate macht Faxen. Mate hat einen Hit bekommen, 68er. Junge, wie geil. Wie geil, dass wir die geholt haben. Ich war komplett im High-Ground-Fight. Ich habe es übel gespürt. Ich habe es gerade gemerkt, das war sehr stark von dir. Oh, auf uns zurückgesniped? Äh, S.O. Hit, hit, hit. Wir gehen durchs Feld, alles sucht, das ist easy. Heimspiel, das ist ein Heimspiel. Die hielen sich halt gerade, ne? Kannst du aufschießen? Wir hätten jumpen sollen. Kannst du aufschießen? Ich bin noch nicht da. Hit, hit. Oh, Digga, den habe ich abgeht. Das war ein Stil, das war ein Stil. Ist alles gut, ist alles gut. Okay, okay, okay. Den zweiten habe ich übel gespürt. Hier landen welche? Hit. Hit. Hat einen 105er-Hit unten bekommen. Lass hinten jump hätten. Hast du einen jump-Hit? Dann mach. Den unten? Den unten hole ich mir, den unten hole ich mir, den unten hole ich mir, okay? Lass mich wiederholen. Ich habe gechoakt! Alter, das tut mir so weh innerlich. Ich habe Organschmerzen, weil ich so reingechokt habe. Der ist low, aber er hat mich gefilmt. Dann hat er wieder was. Ja, der ist... Ich habe einfach so einfach komplett daneben geschossen. Einfach daneben geschossen. Max, Max, chill, was brauchst du hier von? Keine Ahnung, ich brauche das Infantry-Ding ist geil und eine Pump. Soll ich meine Sniper jetzt hier lassen? Ja, ja, sch***er Sniper, besser als ich das in Schungel wäre. Würde ich es auch haben. Oh, ich habe zwei Infantries. Ja. Digga, ich hatte richtig Schmerzen. Im gesamten Brustbereich. Von Schulter bis Magen. Hat mir alles geschmerzt. Gehört dazu, entspannen wir uns. Echt? Ich würde es doch nochmal vom Arzt nochmal gegenchecken lassen, dass alles in Ordnung ist. Nicht, dass mir die Milz gerissen ist bei dem Play. Danke. Muni braucht auch noch und Mats. Wo kommen die alle her? Was wollen die denn? Ist ultra lau, ist ultra lau. Lass da hin, da ist ein Fels, unser Heimspiel. Da wäre ich jetzt echt traurig, wenn der mir weggenommen würde. Willst du nicht geiern, aber... Wobei, hol du ihn dir wegen Shield. Hol du ihn dir. So, den anderen holst du dir. Ah! Gut, ich hole mir beide, komm. Was sind wir, Max? Wir sind dankbar. Für alles, ja? Für alles und jeden sind wir dankbar. Ich bin auch dankbar für die graue Pistole. Ist ja auf entspannter Basis ganz entspannt, Mats-Farm. Auf entspannter Basis ganz entspannt, ja? Ich fühle mich so leer ohne Glider-Readable. Da fehlt irgendwas dann. Kenn ich, kenn ich, kenn ich. Ich darfst es auch gleich nicht dann choken, wenn du denkst, du hast welches. Da vorne liegt bei dir welches. Ist das stark? Oben in dem Ding drinne. Oben in dem Ding drinne, Max. Ich wiederhole. Oben in dem Ding drinne. Lass uns gucken, wenn er piekt, ja? Genockt. Durch den Schlitz. Durch den Schlitz? Durch den Schlitz. Lass ihn abbauen. Der weiß nicht, wie ihm geschieht. Der weiß nicht, wie ihm geschieht. Headshot, der ist down. Den holst du dir. Das war ein richtig anständiger Schlitzkill, Alter. Das war ein Schlitzer, Junge. Schlitz! Schlitz! In den Schlitz rein, Alter. Durch die Schlitz. Der Schlitzmord, Leute. Der Schlitzbord. Der Schlitzmord. Okay, Max, nicht so offen hier, ja? Nicht so offen. Ich guck doch. Das ist hier eine schöne Burg bauen, Alter. Weißt du? Komm, wir spielen einen schönen Zone. Ja, hier die Edge. Ich hab auch noch das brutale Hyper-Item. Gegner im Süden. Ja, ja. Osten auch. Osten. Osten. 38er. Die werden von hinten auch nochmal gepusht und die kommen. Das Zone-Item, ne? Ich hab in die Kiste weggesniped. Hier ist einer, glaube ich, close vor uns. Close, Süden, ganz. Die mini kleine Hütte direkt neben uns. Ey, warte mal. Ich werf mein Zone-Item, dass ich ihn vertreibe, ja? Das sind zwei Leute. Ich brauch dich, ich brauch dich. Ich bin da. Ich bin da. Das sind zwei Leute. Vorsichtig. An der Hütte. Na die kleine Hütte. Er läuft. Was ist denn das? Brich die Zone irgendwie den Schuss? Das leben immer noch 10. Diejenigen, die jetzt leben, die richtig verschwinden. Wir haben ja 156 Punkten, Mann. Wir müssen komplett weit. Ich hab vier Jump-Hits. Vier Stück. Ich geb mir mal eins. So viel Notfall. Ich hab gar keins. War falsch. So geil, ne? Das kommt wieder in die Highlights. Danke. Oh, sogar zwei. Ich bin hier so mit uns. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Unter uns. Das kann nicht sein. Ich steppe dich mal close. Kriegst du? Kriegst du hin? Nee, sind zwei. Keine karte. Meiner down. Der eine ist der andere. Beide down. Ja. Zwei HP. Zwei HP. Zone kommt. Zone kommt. Zone kommt. Zone kommt. Ich hab keine Lagerfeuer. Nein, 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 nein. Die Zone kommt doch. Du Mäler. Ich hab so viel Zone. Alter, hab ich den Schuss gut abgewählt. Ich hab zwölf HP. Ich bin down in der Zone. Ich auch. Nein, Digga. Oh mein Gott, das war so low von mir. Das war so low. Das war so dumm. Wir hätten es winnen können, Digga. Das war so dumm von mir. Boah, das war so close mit den Steinen, Alter. Über dir. Komm schon, Max. Du kannst das. So stehst du viel zu offen. Du wirst gleich abgebaut. Du fällst. Really. Digga, das ist der Chater immer noch. Dazu werden alle auf den Boden. Mann, ich hab grad so reingechokt. Aber der Chat, es tut mir so leid. Ich hab so reingekackt. Ärgerlich, wenn man so eine krasse Runde am Ende so chopt. Digga, ich hab Fallschaden. Einfach in der Zone gestorben, ne? Ich hab Fallschaden seinen Vater bekommen. Wirklich, war dumm. Und dann einfach so gestorben, ne? Komm, raus. Kommst du zu meinem Haus? Digga, hier ist einer bei dir. Du meinst, es ist dein Haus. Du kennst dich ja aus. Was? Okay, keine Ahnung wie. Keine Ahnung wie ich bin da raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was? Die haben beide Pumps gehabt. Wir hatten gar nicht. Das kann nicht sein. Das passiert normalerweise nie. Hä, wie kann... Ach, der hatte Schild. Also, egal wie geil die Runden davor war. Wenn man so stirbt, da bin ich oft einfach... Los. Ey, Vulkan. Instant raus. Vulkan, Vulkan. Alter, Max. Ja, ich weiß. Du machst mich fertig. Herzinfarkt. Wir machen nur Hotbox. Dann aber auf der Landin. Auf der Insel oben. Okay, da werden nur 7000 Leute vor uns sein. Aber ja. Wir machen jetzt nicht so eine Sch***. Cooler Sch***. Late Game Rotation. Ranking Points bekommen. Null Kills. Bums. Machen wir nicht. Nö. Der ist schon 7 Stunden vor uns gelandet. Junge. Den müssen wir jetzt auch töten. Ich hätte dir den Kopf abgerissen, ne? Ich hätte dir den Kopf abgerissen. Das war alles ein Schmanz. Ich würde echt gerne den... Den Bogen würde ich... Also, den Bogen sehe ich mich. Ich gebe dir immer die Scar. Hier kriege ich noch die Sneap. Mit Schüssen. Das. Jetzt wollen nur noch Shotgun... Digga, du bist geil. Shotgun-Embi und alles ist karlig. Ich bin offen. Yo, Headshot. Für die Malle habe ich Schild schön gemacht. Hast du erlebt? Treffer. Wollen wir da rüber oder nicht? Ich habe hier ein Tornado-Ding. Komm, ich gehe rüber. Kommst du mit? Komm, wir landen hier auf den. Wir landen auf den. Wir sind hier irgendwo drin. Ich lande hier oben. Machen ruhigen. Ich lande hier oben. Ich lande hier oben. Ich lande hier oben. Da unten ist noch einer. Die vom Reboot-Van sind wiedergekopp. Max, ich brauche heute deine Hilfe. Sobald die sich rausbewegen... 100er Hit. Einer da von denen. Keine Stöße mehr. Scheiße. Da ist noch ein zweites Team, ne? Pass jetzt auf. Pass jetzt auf. Die kommen, die kommen, die kommen. Der eine hat ein krasses Aim. Du musst aufpassen. Headshot. Beide down hier drin? Die anderen kommen. Die anderen kommen. Die sind viel heftiger. Wo sind die denn gedowned, Max? Na, Richtung, wo sie herkamen. Ich weiß nicht, wo sie herkamen, Max. Ach komm. Der Neustadt-Bus. Erzähl es mir doch. Weißt du, wo der Neustadt-Bus ist? In Sunny Steps? Nein. Ach so. Ja gut. Hier auf jeden Fall jetzt von mir. In diesem Riesenhaus. Keine Stütze, ne? Hier sind noch mal ein Team. Jetzt noch mal. Das war's. Ich hab keinen Shotgun. Das war's. What? Ein, ob ich den schon low? Hast du ihn? Hast du ihn? Nein. Beide? Zwei Shotgunschuss, nur noch? Ich bin schon wieder ein Gegner. Keine Mäste, ich kann nicht fighten. Das war's. Ich bin raus. Du bist alleine auf dich gestellt. Hast du Shotgun-Munition? Ja, ja. Boller? Magst du es bei mir? Ich bin, ich bin, äh, ich bin fly. Bau dich ein, bau dich ein, bau dich ein. Hab ihn. Digga, hier wurde mal. Das war close. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich war zu, war zu, war zu unsicher. Jetzt noch mal ganz schnell hier los. Weiter, 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 weiter. Zone kommt. Auf die Gazire. Du hast dreimal gefeilt, obwohl du es nicht durftest. Solange es klappt. Aber wenn du da, wenn du da ist gestorben wärst, dann wäre ich aber laut geworden. Komm, schnell hier in den Stream rein. Auf geht's. Nein. Ich bin ein und ich hasse diesen Streetstream. Deshalb will ich Rift, weil ich ihn hasse. Weil ich immer nicht hoch genug baue. So eine Pisse, Alter. Ich hasse das. So ein Müll, Alter, wirklich. Mäß. Das ist ein Müllmeter, ey. Hier ist ein riesiges Telefon. Wir müssen darüber. Warum? Ja, irgendwo was an Lootgeiern. Guck mal, ich bin low. Kein Lagerfeuer, gar nichts. Du bist low und zusätzlich oben drauf hast du noch wenig Leben. Da, in dem Streetstream. Hier. Boah. Übersandet jemand, Max. Das heißt, über uns bin ich gar nicht bei dir. Keine Shotgun, ne? Max, wie oft möchtest du mir das noch sagen? Du tötest die ganze Zeit Leute und sagst nichts. Dass die eine Shotgun vielleicht mal haben. Junge, Junge, Junge. Hat da jetzt einer eine Shotgun? Ich weiß es nicht, Max. Ich hab hier überall Spieler bei mir, Junge. Da liegt eine Shotgun. Jetzt ab dafür. Ich hab hier Shotgun-Schuss mal wieder. Ich könnte kotzen. Das ist die Kill-Phase jetzt. Jetzt nicht mehr. Der hat uns jetzt gesehen. Das war's. Und deshalb wollte ich riften, Mann. Hast du irgendwas zum Healen? Nee, hab ich nicht. Ja, Max, du musst dann mit mir riften, ne? Wegen der Zone. Ich fasse es nicht. Nee, ich fasse es nicht. Komm jetzt her, komm her. Die riften auf uns. Die riften auf uns. Ja, dann rift anschmeißen. Rift anschmeißen. Los. Komm weg. Dann schweißen. Bist du ready? Ja, nimm den Minis mit. Kann ich nicht. Bist du ready? Ja, go. Du bist echt ein Typ, weißt du das? Du hast recht. Jetzt wird's haarig. Oh, jetzt haben die Grenades. Bau dir da high. Ich lande drauf. Bau dir high. Hab ihn. Da war nochmal noch ein Team. Guck, die sind da direkt. Das sind noch zwei Leute. Das sind Free Kills. Free weiß ich jetzt nicht, wa? Oh, der hat das Jump mitgemisst. Der ist jetzt alleine. Der Mate kommt wieder. Einer ist One-Shot. Einer ist One-Shot. Oh mein Gott, Max. Du hast mich. Zieh mich hoch, mein geile Sau. Jetzt machst du aber ganz schön auf. Zwei. Zwei. Zweites geplaced. Direkt vor uns ist der Typ. So, jetzt zwei gegen uns. Er dachte, er wäre Ninjas Vater. Er dachte, er echt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Zwei Kills, Jigga. Richtig gutes Ende. Geil, Digga. Richtig gutes Ende. Junge, wie wir durchfahren, Digga. Unglaublich, Marc. Was wir hier gerade machen, ist verrückt. Ist verrückt. Und jede Runde. Zwölf, dreizehn, vierzehn, zehn, neun Kills. Das läuft alles, Digga. Also, ich würde uns so feiern, wenn wir die 300 Punkte schaffen. Ich würde erstmal aus Freude 5000 Leute random aus meiner Community bannen. Weißt du, was ich meine? Was ich das? Schöne. Untertitelung des ZDF, 2020